Der zweite Spieltag in der Prime League ist vorbei und wir haben gegen Münster eSports Purple Crows gespielt. Wie das ausgegangen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Kali, komm. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich hab den scheiß Lock in den Button schon getroffen. Ich lasse der Kali, ne? Kali könnte hier besser was reißen gehen. Okay, okay, okay. Ich vertraut dir. Ich will nicht geonotet werden. Aber ich gehe nicht in DuckTro, ich gehe in AP-Bild. Ich habe auch keinen coolen Skill. Ja, der ist hier schon direkt der Knecht. Okay, NoMansch, das ist hier. Das ist ein Korn. Komm auf, Bot, komm auf. Oh mein Gott, denkst du es low? Äh, er hat Flashout, aber ich glaube nicht, dass du den killen kannst. Mach unten, mach unten. Pass auf. Okay, endlich. Was fand ich? Was fand ich? Kannst du mit Lane annehmen? Ja, mach. Okay, lass dich einfach mitnehmen. Komm ich einfach. Wo seidest du? Klaus, bin da oben mit Restart, okay? Ja. Schön, schön, richtig schön. Nein, 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 nein. Ich kann nicht wegholen. In der Zeit. Scheiße, Mann. Okay, okay. Okay. Pull him off. Bigger, der hat mich einfach geunshuttet. Oh wow. Fuck my life. Krass. Krass kommt durch den. Krass kommt durch den Top-Side-River auch. Krass kommt durch den Top-Side-River auch. Ich glaube, wir hätten zwei Sekunden gewartet, wenn wir das spielen können zusammen. Good job. Good shutter. Wollen wir da rollen? Oh shit, Digga. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich versuchte, ich kann da rauskommen raus. Ich kann da rauskommen raus. Ehh. Riots? Okay, noch nicht. Wir haben zwei Sekunden Ehe. Das hilft mir nichts, Digga. Alter, sie sind viel zu fast. Ja, also, das ist was... Noch mal, der Krebs mit der Cardigan rollen. Was ist los? Ich bin zwar, ich hab's nicht weg. Mit der Cardigan auf dem Flänkel, komm. Das sagt doch keiner was. Oh, yo. Da kam grad irgendwas reingeflogen. Das war mein Baibett. Ich wollte einfach nur weggehen, aber... Ich hab tausend an Kritt abbekommen. Aua. Schon. Wollen wir da rein? Ja, Thresh bin da rein. Oh, wir müssen da rein. Tja, komm mal schon auf den Kittchen. Ok. Aua. 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 Vielleicht versuchen, ein Play zu machen. Was? Was? Fuck. Ey, die Cardigan ist richtig clean. Das ist nicht voll krass. Puh. Ja, schade. Oh, ja. Komm. Passt, John. Ok. Das ist kein Kino. Oh, komm. Ey, yo. Die haben gepasst. Aha. Junge. Okay. Okay. Ja. Ja. Was heißt das? Musst du uns noch was sagen? Okay. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wer? Das ist kein Problem. Ja. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Okay. 3. 2. 1. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ein Problem. Das ist kein Problem. Ich bin ein Problem. Um ein Problem. Kannst du mich ulten? Ich hab schon... Alles fein raus 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 raus. Komm mit raus. Komm mit raus. Kommt irgendwie raus. Ich hab gesloat mit der... Mit der... Da kannst du raus guiten... Ich sehe das was verlieren. Also die Ori die stirbt da. Oh f***. Dann kannst du rausguiten und nicht rein guiten. Ich kann auf die Ori turnen. Haben wir euch ulten. Jaja ihr habt das. Naja ich mach keinen damage mehr. ja ich das problem war ich weiß nicht wer von euch da unterm towers die sieht wird aber ich habe auf den geklickt also ich hätte vielleicht auf die eigens klicken sollen weil ich habe glaube ich alles da geultet ich meine ich mag es könnte auch sein dass wir dann auch nicht durchgekommen ich habe es in 14 sekunden wiederholt das ist misstet was gut ist aus dem haupten wo wir haben muss er kommen nicht passt auf und 5 sekunden er ist ein neues an ja die lichtung müssen wir einfach mal auf die reichung hat er gesagt er hat der wollte er konnte das hat ich habe die tüche tüche wir haben wir haben einen halben also und wir haben einen schöpfer weniger Ja, chillt. Wir forsten jetzt nichts. Na gut funktioniert. Okay, wichtig. Xayah per ult. Boah. On von oben, on von oben. Oh Gott, ich hab gar nichts zu uns vergessen. Ihr müsst auf den ASU aufpassen, ihr müsst auf den ASU aufpassen. Ja, ich hab nix mehr. Ich hab keine Dings. Oh, ich bin auch sauer. Ich hab keine Ult auf jeden Fall. Ich hab voll dumm geflasht, irgendwie. Ja, ich musste auch flashen, dass ich... Aber die Ult war gut, hätte ich gewusst, dass du Gold hattest. Das werde ich noch mal reingehen. Ja, es war noch jemand anderes Low. Ich musste spontan entscheiden. Alles fein, Jungs. Wenig Ult. Alles im Nachhinein besprechen. Wir können auch leichts ultpoken, oder nicht? Die wollen mitnehmen, okay? Ist's fein. Wollen wir auf den gehen? Okay, er ist geultet, er ist geultet. Oh, die. Rauchter, rauchter, rauchter. Ich hab auf Erwiego geultet. Kann man den bekommen? Xa, Xa, Xa. Ups. Ich hab in ein paar Sekunden taunt, aber... Ihr habt ihn, ihr habt ihn, ihr habt ihn, ihr habt ihn, ihr habt ihn. Okay, clean, 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 clean. Ich kann Jack machen, ich kann Jack machen. Wenn irgendein anderer Zweist in die Nähe kommt, direkt drauf da. Boah, und wer macht Damage? Jax, Speedrun. Maden. Der blöde Drecksack. Ich bete. Ja, hallo! Er kriegt einfach Leben dazu! Jungs, Jungs, Jungs! Was sollen wir denn machen, als auf den draufschlagen? Was ist das für ein Riot Games? Ja, was ist das, der kann mir nicht viel. Ja, was ist das, der kann mir nicht viel. Wollen wir, wollen wir, wollen wir? Ja, ja. Okay. Ich komm, ich komm. Das ist nur der Ornn hier. Der Ornn ist ein Trusted irgendwas, dergär. Der wird gleich laufen. Der wird gleich laufen, wer ist da? Eeeeeee, los, 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 los. Wir werden nicht fahren. Jungs, lauf, 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 lauf. Lauf, kannst du nicht. Wir sind drin, wir sind drin. Wie ist das, ey, der hat alles geused für mich. Stramm. Link, link, den. Stramm. Okay, egal, egal, ich versuche los. Ich habe keinen Marder für meine Q, wie kacke! Stamina, Digga! Stamina, äh, äh! Fuck off! Sportlane, pushen wir jetzt auch gerade ein. Pass auf, pass auf, sie will engagen. Oh mein Gott! Fein, Fein, Fein! Dive den Shit nicht, Dive den Shit nicht! Ich muss kein Wort setzen. GG! Oh Gott! Fuck! Falscher Fifi, was ist das? Ah, du bist ein bisschen... Oh mein Gott! Okay. 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 Level 18! Okay, let's go! Oh! Digga, ich habe so lange keine Shen mehr gespielt, aber ich habe ihn noch. Ja. Das ist das aber leise! Jetzt, wo das Gang vorbei ist. Schwanz, Digga! Ich war nicht vorhanden, ich weiß noch. Ey, wenn man die Standings von beiden Teams oben umswitcht, kommt 187 raus. Was ist ein bisschen verändert. Muss ich vielleicht keine Wehr-Jokes bringen, aber... Egal, Oriana ist einer der nervigsten Schlampen, die ich... ...je keiner gibt.